fünftes buch erstes handelt von dem was sich weiter in der schenke zutrug nebst andern wissenswürdigen begebenheiten so endigte der gefangene seine erzählung und don fernando sagte wahrlich herr kapitän die art wie ihr eure begebenheiten erzählt habt ist so daß sie dem wunderbaren der geschichte selbst gleichkommt alles ist höchst seltsam und voller zufälle die den zuhörer in erstaunen setzen und das vergnügen welches wir im anhören empfunden haben ist so groß daß wenn uns auch der morgen in dieser erzählung überraschen sollte wir uns doch freuen würden wenn sie von neuem anfinge don antonio und die übrigen sagten das nämliche und boten sich zu allen diensten an mit so freundschaftlichen und aufrichtigen versicherungen daß der glücklich entkommene sklave über ihr wohlwollen großes vergnügen empfand am meisten freundschaftlich war don fernando der ihn einlud ihm zu folgen weil er veranstalten wolle daß sein bruder der marquez bei der taufe der zoraida pate wäre und daß er ihn so unterstützen wolle daß er in seine heimat mit allem ansehen zurückkehren könne wie es einem manne von seinem stande zukomme der sklave dankte mit vieler höflichkeit für alle diese anerbietungen doch lehnte er es zugleich ab irgend etwas davon anzunehmen indessen war es nacht geworden und indem es ganz finster wurde kam eine kutsche mit einigen leuten zu pferde an diese verlangten ein nachtlager worauf die wirtin antwortete daß in der ganzen schenke kein fußbreit platz mehr sei wenn das auch ist sagte der eine von den reitern der eingetreten war so wird doch wohl noch etwas für den herrn auditor übrig sein bei diesem namen erschrak die wirtin und sagte senor die wahrheit zu sagen so haben wir keine betten wenn ihr gnaden der herr auditor aber welche mit sich bringt wie ich glaube so sei er so gnädig einzutreten denn ich und mein mann wollen unsere stube räumen um es dem gnädigen herrn bequem zu machen so kann es geschehen sagte der stallmeister indessen war aus der kutsche schon ein mann gestiegen aus dessen kleidung man sogleich sein amt ersehen konnte denn sein langes kleid mit den weiten ärmeln gab zu erkennen daß er der auditor sei von dem der diener erst gesprochen hatte er führte an der hand ein mädchen das ungefähr 16 jahre alt schien in reise kleidern so edel schön und liebenswürdig daß alle über diesen anblick erstaunten so daß wer nicht dorothea lucinde und zoraida gesehen hatte die in der schenke waren glauben mußte daß schwerlich eine solche schönheit wie dieses mädchen zu finden sei don quixote war beim eintritt des auditors und des mädchens zugegen und als er sie sah sprach er der ehrwürdige herr können sicher hereintreten und in diesem kastell der ruhe pflegen denn ob es gleich hier eng und schlecht eingerichtet ist so ist doch nichts in der welt so eng und unbequem daß nicht die waffen und wissenschaften noch platz finden sollten tretet herein in dieses paradies denn hier werdet ihr sterne und sonnen finden des himmels wohlwürdig den ihr mit euch führt hier werdet ihr die waffen in ihrem glanz und die schönheit in ihrer glorie erblicken der auditor stand verwundert über diese anrede des don quixote den er hierauf in der nähe genauer betrachtete worauf er sich über sein äußeres ebenso wie über seine worte verwunderte und ohne daß er es wusste was er antworten solle verwunderte er sich von neuem als er luzinde dorothea und foraida vor sich erblickte die auf die neuigkeit von den neuen gästen und was ihnen die wirtin von der schönheit des mädchens gesagt hatte gekommen waren um sie zu sehen und zu bewillkommenen don fernando cardenio und der pfarrer begrüßten ihn auf eine einfachere aber sehr höfliche art der herr auditor trat herein gleich erstaunt über das was er sah als was er hörte und die schönheiten der schenke begrüßten die schöne jungfrau der auditor merkte nun wohl daß die gegenwärtigen angesehene leute waren aber der anzug das gesicht und der anstand des don quixote brachten ihn immer noch in verwirrung nachdem er alle höflichen anerbietungen beantwortet und die gelegenheit der schenke betrachtet hatte wurde es so eingerichtet wie man es schon vorher eingerichtet hatte daß alle frauen sich in dem oben beschriebenen gemache aufhalten und daß die männer draußen wie zu ihrer bewachung bleiben sollten damit waren der auditor und seine tochter zufrieden denn das war das junge mädchen sie ging mit den damen sehr gern und freudig fort mit einem teil des kleinen bettes welches dem wirt gehörte und mit der anderen hälfte die der auditor mit sich brachte wurde so gut als möglich für die nacht eine einrichtung getroffen perez de vietma fühlte vom ersten augenblicke da er den auditor sah sein herz klopfen und eine ahnung daß dieser sein bruder sei er fragte einen von den dienern die mitgekommen waren wie er hieße und ob er nicht wisse aus welcher gegend er wäre der diener antwortete daß er der lizenziat juan perez de vietma genannt werde und wie er gehört aus einem orte in den leonischen gebirgen gebürtig sei durch diese nachricht wurde seine meinung bestätigt daß dieser sein bruder sei der nach dem rat seines vaters den wissenschaften gefolgt war er war hierüber erschüttert und vergnügt und rief don fernando cardenio und den pfarrer beiseite denen er erzählte was sich zugetragen hatte und daß er gewiss wisse der auditor sei sein bruder er hatte zugleich vom diener erfahren daß er als auditor nach indien in die mexikanische regierung gehe auch wußte er daß das mädchen seine tochter sei bei deren geburt die mutter gestorben war und daß er durch die mitgift sehr reich geworden die mit der tochter im hause geblieben war er fragte sie um rat auf welche weise er sich zu erkennen geben solle wie er es erst erproben möchte ob sein bruder wenn er sich ihm nenne ihn verstieße da er so arm sei oder ob er ihn mit liebe aufnehmen würde überlasst es mir diese probe zu machen sagte der pfarrer vorzüglich da ich überzeugt bin herr kapitän daß ihr sehr gut aufgenommen werdet denn der verstand und das edle wesen das an eurem bruder sichtbar ist lässt keineswegs mutmaßen daß er stolz oder unbrüderlich handeln könne oder daß er die zufälle des glücks nicht auf die wahre art zu schätzen wüsste dennoch sagte der kapitän möchte ich mich nicht so plötzlich sondern durch einen umweg zu erkennen geben ich versichere euch antwortete der pfarrer daß ich es so unternehmen will daß alle zufrieden sein sollen man hatte indes das abendessen bereitet und alle setzten sich um den tisch außer der gefangene und die damen die für sich in ihrem gemach die mahlzeit einnahmen während der mahlzeit sagte der pfarrer ich hatte sonst herr auditor einen kameraden eures namens zu konstantinopel wo ich zwei jahre als gefangener war dieser kamerad war einer der tapfersten soldaten und haubleute in der spanischen infanterie aber so brav und tapfer er war ebenso unglücklich war er auch und wie hieß dieser kapitän mein herr fragte der auditor er heißt antwortete der pfarrer rui perez de viedma und war aus einem orte in den leonischen gebirgen gebürtig er erzählte mir etwas was sich mit seinem vater und seinen beiden brüdern zugetragen dass wenn es mir nicht ein so wahrhaftiger mann erzählt ich es für eins von ihnen märchen gehalten hätte welches sich die alten frauen beim winterlichen feuer erzählen denn er sagte mir wie sein vater unter seine drei söhne sein vermögen geteilt habe und ihnen ratschläge mitgegeben die eines kato würdig waren er wählte sich das kriegshandwerk und es gelang ihm so gut daß er in wenigen jahren durch seinen mut und seine tapferkeit ohne eine andere hilfe als seine bravheit kapitän der infanterie wurde und sich auf dem geraden wege sah bald oberst zu werden aber das glück war ihm entgegen denn indem er alles gute erwarten konnte verlor er die freiheit in jener glorreichen schlacht die tausenden die freiheit verschaffte in jenem treffen bei lepanto ich wurde in goletta gefangen und nach mancherlei begebenheiten trafen wir uns als kameraden in konstantinopel von dort kam er nach algier wo sich mit ihm eine der seltsamsten begebenheiten zutrug die man nur in der welt erleben kann so fuhr der pfarrer fort und erzählte kürzlich alles was seinem bruder mit der thoraida begegnet war als der pfarrer seine erzählung beendigt hatte holte der auditor einen tiefen seufzer und sagte mit augen voll wasser wenn ihr wüßtet wie diese neuigkeiten die ihr mir mitgeteilt habt mich so innig angehen daß ich gezwungen bin in tränen auszubrechen die ganz gegen meinen willen und gegen alle schicklichkeit aus meinen augen fließen dieser kapitän von dem ihr erzählt ist mein älterer bruder der mit großmütigerem herzen als ich oder mein anderer jüngerer bruder sich das ehrenvolle und edle handwerk des krieges erwählte welches einer von den drei wegen war die unser vater uns vorschlug gerade so wie es euch euer kamerad erzählt hat welches euch wie ein märchen vorgekommen ist ich folgte den wissenschaften in denen mich gott und mein fleiß zu der würde erhoben haben in welcher ihr mich gegenwärtig seht mein jüngerer bruder ist in peru und zwar so reich daß er meinem vater und mir mehr überschickt hat als sein anteil betrug mein vater lebt noch in hohem alter und wünscht nur von seinem erstgeborenen sohne etwas zu hören er bittet gott in immerwährendem gebet daß der tod nicht seine augen verschließen möchte bis er die augen seines sohnes wieder gesehen o du mein edler bruder wüßte ich wo du jetzt bist so wollte ich dich aufsuchen und dich aus deinen leiden erlösen und wenn ich selbst dafür leiden sollte dies und noch mehr sagte der auditor in dem er inniglich der nachrichten wegen gerührt war die er von seinem bruder empfangen hatte so dass alle die ihn anhörten über das bezeigen seiner traurigkeit ebenfalls bewegt wurden da der pfarrer sah dass seine absicht und der wunsch des kapitäns so gut in erfüllung gegangen waren wollte er ihn nicht länger in seiner traurigkeit verharren lassen er stand also vom tische auf und ging in das gemach in dem sich zoraida befand er nahm diese bei der hand und ihr folgten luzinde dorothea und die tochter des auditors der kapitän war in erwartung was der pfarrer vornehmen würde der ihn auch mit der anderen hand fasste und somit beiden dahin ging wo sich der auditor nebst den übrigen rittern befand worauf er sagte trocknet herr audite eure tränen denn das was ihr sehr wünschtet ist in erfüllung gegangen denn dieser ist euer edler bruder und diese eure edle schwägerin den ihr hier vor euch seht ist der kapitän biedma und diese ist die schöne mohrin die ihm so viel gutes erzeigt hat der kapitän wollte sein bruder umarmen dieser legte ihm beide hände auf die brust um ihn aus der ferne genauer zu betrachten als er ihn aber erkannt hatte umarmte er ihn so inbrünstig und vergoss in seiner entzückung so viele freudentränen daß die meisten von denen die zugegen waren seinem beispiel folgten don quixote hatte alle diese begebenheiten aufmerksam beachtet ohne ein wort zu sagen indem er alles den chimären der irrenden ritterschaft zuschrieb es wurde beschlossen daß der kapitän und foray da mit seinem bruder nach sevilla gehen sollten und dem vater von dem wiedergefundenen befreiten nachricht geben damit er bei der hochzeit und taufe der foray da zugegen sein könne weil es dem auditor nicht möglich war seine reise aufzuschieben denn er hatte nachricht bekommen dass innerhalb eines monats eine flotte von sevilla nach neuspanien segeln würde und es wäre ihm sehr nachteilig gewesen diese gelegenheit zu versäumen kurz alle waren über diese glückliche begebenheit des gefangenen vergnügt und voller freude da die nacht schon über die hälfte verflossen war beschloss man beieinander zu bleiben und den übrigen teil der nacht zu ruhen don quixote erbot sich die bewachung des kastells über sich zu nehmen damit kein riese oder ein anderer schlecht denkender schurke einen angriff darauf tue gierig nach dem großen schatz der schönheit der im kastelle verschlossen sei die ihn kannten sagten ihm dank und gaben dem auditor von dem seltsamen humor des don quixote nachricht worüber er sich nicht wenig belustigte nur sancho panza war überaus verdrießlich daß man die ruhe so lange aufschiebe er richtete sich auch allein besser als alle übrigen ein denn er lagerte sich auf den schmuck seines esels was ihm aber teuer zu stehen kam wie man nachher erfahren wird als die damen sich in einem gemache versammelt und die übrigen sich so gut eingerichtet hatten als es möglich war ging don quixote aus dem kastelle hinaus um eine schildwache vorzustellen wie er versprochen hatte es geschah hierauf daß da es nur noch wenig vor tagesanbruch war in die ohren der damen eine so volle und schöne stimme erklang daß alle gezwungen wurden aufmerksam zuzuhören vorzüglich dorothea die noch munter war an deren seite donna clara de vietma schlief denn so hieß die tochter des hörers keiner konnte sich vorstellen wer es sein möchte der so schön und ohne alle begleitung eines instrumentes sang bald schien der gesang im hofe und bald wieder aus dem stalle zu kommen und indem sie noch in dieser verwirrung und sehr aufmerksam waren näherte sich cardenio der türe des gemachs und sagte wer nicht schläft höre zu denn es läßt sich ein maultier bursche mit einer solchen stimme hören daß sein gesang ein wirklicher zauberklang ist wir hören sie schon senor antwortete dorothea hierauf ging cardenio wieder zurück und dorothea horchte mit der größten aufmerksamkeit worauf sie ein schönes liebeslied vernahm ende von abschnitt 30 abschnitt 31 von don quixote von la mancha band 1 von miguel de cervantes saavedra übersetzt von nutwig tig diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff zweites kapitel enthält die anmutige geschichte des maultiertreibers nebst anderen seltsamen begebenheiten die sich in der schenke zutrugen während der unbekannte noch sang fiel es dorothea ein daß es schade sei wenn klara eine so schöne stimme nicht hören sollte sie rüttelte sie also von einer seite zur andern um sie zu ermuntern und sagte vergib mir mein kind daß ich dich aufwecke ich tue es nur damit du die lieblichste stimme vernehmest die du vielleicht zeit deines lebens nicht gehört hast klara war noch halb im traume und hörte zuerst nicht was ihr dorothea sagte sie fragte sie daher und jene wiederholte ihre worte worauf klara aufmerksam wurde aber kaum hatte sie zwei verse vernommen von dem sänger vorgetragen als sie ein so heftiges zittern befiel als wenn sie an einem schweren fieber da niederläge sie umarmte dorothea heftig und sagte ach liebste teuerste senora warum hast du mich doch aufgeweckt das größte glück welches mir begegnen könnte wäre augen und ohren dicht verschlossen zu haben um diesen unglücklichen sänger weder zu sehen noch zu hören was sagst du da mein kind bedenke was du sprichst denn der da singt ist ein maultierbursche wie man sagt nein antwortete klara er ist ein herr über eine herrschaft ja über meine seele die er so beherrscht daß wenn er sie nicht läßt sie ihn ewig nicht verlassen wird klara berichtet daß sie die stimme als die eines sehr vornehmen jünglings don luis erkannt habe den sie über alles liebe wie auch er sie aber seine hohe abkunft werde sicher ihre herzen ewig voneinander trennen inzwischen machen sich die tochter des wirts und maritorn den scherz dem im hofe wandelnden don quixote vorzuschwindeln die schöne jungfrau die tochter der gebieterin des castells vergehe vor sehnsucht nach ihm don quixote reicht auf dem rothinante sitzend den arm zum fenster hinauf worauf die beiden mädchen seinen arm mit einem derben strick an dem fensterriegel festbinden der edle ritter immer noch in seinem wahn verhält sich zunächst ruhig kaum fing es an aufzudämmern als vier menschen zu pferde auf die schenke zuritten die sehr gut gekleidet waren und musketen mit sich führten sie pochten an die tür der schenke die noch verschlossen war mit großer gewalt als don quixote dies gewahr wurde der es noch nicht aufgegeben hatte schildwache zu sein rief er mit lauter und trotziger stimme ritter oder stallmeister oder wer ihr sonst sein mögt enthaltet euch so an die tür dieses castells zu schlagen denn es ist hinlänglich deutlich daß zu dieser stunde die bewohner drinnen schlafen oder nicht gewöhnt sind die festung eher zu eröffnen als bis die sonne über den ganzen erdboden verbreitet ist darum entfernt euch und wartet bis der tag vollends anbricht und dann wird man sehen ob es dienlich sei oder nicht euch aufzumachen was in teufels namen für eine festung oder kastell ist denn das sagte der eine daß wir solche zeremonien beobachten sollten wenn ihr der wirt seid so lasst uns aufmachen wir sind reisende die den pferden nur etwas haar vergeben und dann weiter reiten werden denn wir sind eilig hab ich denn etwa ihr ritter das ansehen eines wirtes antwortete don quixote ich weiß viel wovon ihr das ansehen habt antwortete jener aber das weiß ich daß ihr närrisch sprecht wenn ihr die schenke ein kastell nennt es ist ein kastell versetzte don quixote und eines der vorzüglichsten in dieser provinz es befinden sich leute darin die schon ein zepter in der hand und eine krone auf dem kopfe gehabt haben besser wär's versetzte der reisende sie hätten ein zepter im kopfe und die krone in der hand gehabt und wenn wir es genau betrachten so wird eine gesellschaft von komödianten darin sein die wohl wie ihr sagt mit zepter und krone umzugehen fliegen denn in solcher kleinen schenke in welcher es noch dazu so still wie in dieser zugeht glaube ich nimmermehr daß leute wohnen die des zepters und der krone würdig sind ihr wisst wenig von der welt erwiderte don quixote denn ihr wisst nichts um die dinge die sich in der irrenden ritterschaft zuzutragen pflegen die anderen die den fragenden begleiteten waren don quixotes gespräch überdrüssig deshalb pochten sie von neuem mit der größten heftigkeit an wodurch der wirt erwachte sowie alle übrigen die in der schenke waren dieser stand daher auf um zu sehen wer da sei es begab sich indes daß eine von den stuten die mit den vier anklopfenden gekommen war zum raffinante trat um diesen zu beriechen der noch immer melancholisch tiefsinnig und mit niederhängenden ohren dastand ohne sich unter seinem aufgerichteten herrn zu bewegen und da dieser doch im grunde fleisch war ob er gleich von holz schien so konnte er die erwiderung nicht unterlassen sondern wandte sich um um auch das zu beriechen was ihn so höflich begrüßte und sowie er sich kaum ein unmerkliches rührte fielen beide füße des don quixote herunter und indem er vom sattel herunterrutschte wäre er auf den boden gefallen wenn er nicht am arme gehangen hätte was ihm so großen schmerz verursachte daß er meinte die hand sei ihm entweder abgebrochen oder der arm ausgerissen denn er kam dem boden so nahe daß er mit den äußersten spitzen der füße die erde küßte was eben das schlimmste war denn da er fühlte wie wenig ihm abginge um die beine auf die erde zu stellen so quälte er sich und reckte sich aus so viel er vermochte um den boden zu erreichen so daß es ihm wie denen ging die sich auf der leiter einer folter befinden welche stehen und auch nicht stehen so daß sie selbst ihre schmerzen vermehren indem sie sich beeifern sich noch mehr auszurecken weil sie von der hoffnung getäuscht werden daß sie vielleicht mit ein wenig mehr ausdehnung auf den boden kommen möchten abschnitt 32 von don quixote von la mancha band eins von miguel de cervantes saavedra übersetzt von ludwig tig diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff drittes kapitel enthält die fortsetzung der unerhörten begebenheiten in der schenke don quixote schrie in der tat so gewaltig daß der wirt schnell die tür der schenke aufmachte und erschrocken heraustrat um zu sehen wer so grässlich brülle und die übrigen die draußen waren taten das nämliche maritorn die auch schon von diesem geschrei aufgewacht war und wohl denken konnte was es sei lief zum stall und band ohne daß es einer bemerkte den stricklos an dem don quixote hing und alsbald fiel dieser vor den augen des wirts und der reisenden auf die erde nieder die herbeiliefen und ihn fragten was ihn zu so großem schreien bewogen habe er aber ohne ein wort zu sagen streifte den strick von seiner hand los stellte sich auf die beine bestieg den rothinante ergriff den schild und legte die lanze ein worauf er ein stück ins feld hineinritt im halben galopp wiederkam und ausrief wer da sagt daß ich mit recht bezaubert gewesen dem will ich wenn mir solches die mikomikonische prinzessin erlaubt der lüge zeihen und ihn hiermit zum zweikampf herausfordern die angekommenen reisenden standen über diese rede don quixotes voll verwunderung da der wirt riss sie aber bald heraus indem er ihnen sagte wer don quixote sei und daß man auf ihn nicht achten müsse weil ihm der verstand fehle jene fragten hierauf den wirt ob nicht etwa ein junger mensch von ungefähr fünfzehn jahren in der schenke sei in der kleidung eines esel treibers mit diesen und jenen merkmalen wobei sie ganz den liebhaber der donna clara beschrieben der wirt antwortete daß in der schenke so viel menschen wären daß er nicht habe acht geben können ob jener mit darunter sei indes aber sah der eine die kutsche in der der auditor angekommen war und sagte er muß ohne zweifel hier sein denn dies ist die kutsche der er gefolgt sein soll einer von uns bleibe an der tür die übrigen aber sollen hineingehen um ihn zu suchen auch wäre es wohl gut daß einer von uns um die ganze schenke herumginge damit er nicht über die hofmauer springen kann das soll geschehen sagte ein anderer sie gingen hinein der eine blieb vor der tür und ein anderer ging um die schenke herum alles dies sah der wirt mit an und begriff nicht recht weshalb sie diese vorkehrungen träfen doch war er damit zufrieden daß sie wohl den jungen menschen suchen würden dem sie ihm erst beschrieben hatten es war in dessen tag geworden und deshalb sowie durch das geschrei des don quixote erweckt standen alle auf zuerst donna clara und dorothea denn jene hatte die angst daß ihr geliebter so nahe sei und die neugier ihn zu sehen diese nacht äußerst wenig schlafen lassen als don quixote sah daß keiner von den vier fremden auf ihn acht gab oder seine frage beantwortete wollte er vor verdruss und ärger rasend werden und wenn es ihm die gesetze der ritterschaft erlaubt hätten daß ein irrender ritter eine zweite unternehmung anfangen dürfte wenn er sein wort gegeben sich in keine einzulassen bis er die erste beendigt so hätte er sie alle angegriffen und sie wieder willen zu einer antwort gezwungen da er aber glaubte daß es unziemlich und ihm nicht vergönnt sei eine neue unternehmung anzufangen bevor er die mikomikonische in ihr reich eingesetzt so gab er sich zufrieden und wartete ab was aus den nachforschungen der reisenden herauskommen würde einer von ihnen fand den jungen menschen der an der seite eines eseltreibers schlief und nicht daran dachte daß man ihn suchen viel weniger finden würde dieser zog ihn am arme auf und sagte wahrlich don luis diese tracht zieht sich sehr gut für euren stand und das bett in dem ich euch finde für die erziehung die euch eure mutter gegeben hat der junge mensch rieb die schlaftrunkenen augen und betrachtete dann den der vor ihm stand da er sah daß dieser ein diener seines vaters sei erschrak er so daß er lange zeit kein wort hervorbringen konnte der diener fuhr indessen fort hier ist nun weiter nichts zu tun don luis als geduldig mit uns zurückzugehen wenn ihr nicht wollt daß euer vater unser gebieter in die andere welt hinübergehe denn so weit wird es der gram bringen den er über eure entfernung empfindet aber wie wußte denn mein vater fragte don luis daß ich diesen weg genommen und in dieser kleidung ein student antwortete jener dem ihr euren vorsatz mitgeteilt habt hat es entdeckt denn der jammer eures vaters als ihr vermisst wurdet bewog ihn dazu und so hat dieser gleich vier diener ausgesandt euch zu suchen wir alle sind nun zu euren diensten hier und so froh wie man es gar nicht sagen kann wegen der glücklichen botschaft die wir zurückbringen können daß wir euch den augen wieder bringen die euch so unaussprechlich lieben das wird gehen wie es mir gefällt oder wie der himmel will antwortete don luis was kann euch anders gefallen oder der himmel anders wollen als daß ihr mit uns umkehrt etwas anderes wird nicht möglich sein alles was die beiden sprachen hörte der maultierbursche der bei don luis war er stand also auf und erzählte dem don fernando cardenio und den übrigen die sich schon angezogen hatten was vorgefallen sei und wie der bediente den jungen menschen don nenne und was sie miteinander sprächen wie er ihn wolle nach dem hause seines vaters zurückbringen und wie der junge mensch sich dagegen setze nachdem was sie jetzt von ihm hörten und da sie seine schöne stimme kannten die ihm der himmel verliehen hatte wünschten alle sehr genauer zu erfahren wer er sei ihm auch beizustehen wenn ihm etwa gewalt geschehen sollte sie begaben sich also dahin wo er mit seinem diener immer noch im streite begriffen war auch dorothea kam aus ihrem gemache und die geängstigte donna clara folgte ihr dorothea rief den cardenio beiseite und erzählte ihm ganz kurz die geschichte des und der donna clara der er wiederum sagte was sich mit dem jungen menschen und mit den dienern seines vaters die ihn aufsuchten zugetragen hatten und dies konnte er nicht so leise erzählen daß es donna clara nicht hätte hören sollen die darüber so außer sich geriet daß wenn dorothea nicht herbeigeeilt sie zu halten sie zur erde gestürzt wäre cardenio riet der dorothea daß sie in ihr gemach zurückkehren möchten denn er wolle alles vermitteln worauf sie seinem rate folgten alle vier die den don luis aufgesucht hatten standen jetzt in der schenke um ihn her und redeten ihm zu daß er sogleich im augenblicke zurückkehren sollte um seinen vater zu beruhigen er sagte daß er dies durchaus nicht ehe tun könne bis er etwas geendigt wovon sein leben seine ehre und seine seele abhinge hierauf legten die diener hand an ihn indem sie sagten daß sie durchaus nicht ohne ihn zurückkehren würden und sie würden ihn mitnehmen er möchte es wollen oder nicht das sollt ihr nicht tun versetzte don luis wenn ihr nicht mein leichnam fortschleppen wollt doch mögt ihr mich fortbringen wie ihr wollt so werde ich immer ohne leben sein nun waren zu diesem streite schon die meisten die in der schenke waren hinzugekommen vorzüglich cardenio don fernando dessen begleiter der auditor der pfarrer der barbier und don quixote welcher glaubte daß das castell seiner bewachung jetzt nicht mehr bedürfe cardenio der schon die geschichte des jungen menschen kannte fragte diejenigen die ihn fortführen wollten was sie bewege den jüngling wieder seinen willen fortzuführen das bewegt uns sagte einer von den vieren daß wir seinem vater das leben wiedergeben wollen der über die entfernung dieses ritters in todesgefahr ist hierauf sagte don luis niemand braucht sich um mich zu kümmern ich bin frei und werde wiederkommen wenn es mir gut düngt wo nicht so darf mich keiner mit gewalt zwingen so lasst euch durch eure vernunft zwingen antwortete der mann und wenn diese nicht stark genug ist so sind wir mächtig genug das zu tun warum wir gekommen sind und was unsere schuldigkeit ist so laßt uns nur die sache von grund aus erfahren sagte der auditor hierauf der mann aber der ihn als den nachbar des hauses kannte antwortete kennt euer gnaden nicht den sohn eures nachbars der aus dem hause seines vaters entflohen ist in einer kleidung die sich für seinen stand so wenig schickt wie ihr selbst sehen könnt der auditor betrachtete ihn hierauf aufmerksamer und erkannte ihn er umarmte ihn und sagte welche kindereien sind es senor don luis oder welche wichtige ursachen haben euch bewegen können so und in dieser tracht zu kommen die eurem stande so wenig entspricht dem jünglinge stürzten die tränen in die augen und er konnte dem hörer nichts antworten der den vieren sagte daß sie ruhig sein möchten denn alles würde gut gehen hierauf faßte er den don luis bei der hand und ging mit ihm beiseite um ihn zu fragen warum er sich so auf den weg gemacht habe indem er ihm nun diese und andere fragen vorlegte hörte man an dem tore der schenke ein schreien und die ursache war daß zwei gäste die in der nacht dort geherbergt hatten und sahen wie alle menschen neugierig waren um zu wissen was die vier suchten auf den gedanken gefallen waren ohne bezahlung vorzugehen der wirt der mehr auf seine als auf fremde geschäfte dachte hatte sie beim tore angehalten und sein geld verlangt wobei er ihnen ihre böse absicht mit so derben worten vorgehalten dass sie bewogen wurden ihm mit faustschlägen zu antworten die sie ihm auch mit solcher gewalt zuteilten daß der arme wirt sich gezwungen sah laut um hilfe zu schreien die wirtin und ihre tochter sahen keinen andern so wenig beschäftigt um helfen zu können als don quixote zu dem die tochter der wirtin sagte helft gnädiger ritter um der tugend willen die euch gott geschenkt hat meinem armen vater den zwei böse menschen nicht anders wie getreide mahlen worauf don quixote sehr gelassen und mit vieler leutseligkeit antwortete schöne jungfrau eure bitte kann jetzt unmöglich statt haben denn es ist mir nicht vergönnt mich eines neuen abenteuers zu unterfangen bis ich ein anderes beschlossen an welches mich mein wort gefesselt hält was aber geschehen kann um mich euch gefällig zu erzeigen sollt ihr sogleich erfahren lauft schnell und sagt eurem vater daß er sich in dieser schlacht nach seinem besten vermögen halten solle damit er ja nicht überwunden werde indes ich mir von der mikomikonischen prinzessin die erlaubnis erbitte ihm in seiner drangsaal beistehen zu dürfen denn wenn sie mir solches vergönnt so haltet euch versichert daß ich ihn aus solcher erretten werde nun meiner seele rief maritorn aus die daneben stand ehe ihr die erlaubnis habt ist mein herr schon in einer anderen welt vergönnt mir signora daß ich um diese erlaubnis ansuche antwortete don quixote denn alsbald wird es wenig schaden ob er schon in der anderen welt sei denn ich werde ihn zum trotz dieser ganzen welt zurückbringen oder ihn zum wenigsten an denen die ihn dorthin geschickt auf eine solche weise rächen daß ihm mehr als hinlängliche genugtuung geschehen soll und ohne weiteres warf er sich vor dorothea auf die knie nieder und bat in ritterlichen und irrhaften phrasen daß ihre hoheit von der güte wäre ihm zu erlauben daß er sich zum kastellan dieses kastells begeben und ihm hilfe geben dürfen denn er sei in einem schweren handgemenge befangen die prinzessin bewilligte ihm dies gern und sogleich faßte er sein schild ergriff den degen und begab sich nach dem tore der schenke wo die beiden gäste noch immer fortfuhren dem wirte übel mitzuspielen wie er aber nahe gekommen stand er plötzlich still obgleich ihm maritorn und die wirtin beständig zuredeten daß er nicht zurückhalten sondern ihrem herrn und manne beistehen möchte ich halte darum zurück sagte don quixote weil es mir nicht vergönnt ist das schwert gegen stallmeisterlich volk zu ziehen ruft aber mein stallmeister sancho hierher denn ihm ist dergleichen hilfe und rache wohl anständig und seines berufes dies trug sich im tore der schenke zu wo es noch immer faustschläge und ohrfeigen in großem überflusse gab die alle dem wirt zum nachteil und der maritorn der wirtin und ihrer tochter zum größten ärger gereichten weil sie rasend werden wollten daß sich don quixote so feig bezeige indem es dem mann herrn und vater so übel erginge wir wollen ihn aber dort lassen weil er wohl hilfe finden wird geschieht es aber nicht so mag er in zukunft kein werk unternehmen bei dem seine kräfte nicht zureichen wir wollen uns fünfzig schritt weiter fortbegeben um zu sehen was don luis dem auditor antwortete den wir dort gelassen haben und der ihn gefragt hatte warum er zu fuß und in so gemeiner kleidung dort hingekommen sei der jüngling ergriff auf diese anrede mit heftigkeit seine hände als wenn ihm ein großer schmerz auf dem herzen läge und sagte unter vergießung vieler tränen mein herr ich kann euch nichts weiter sagen als daß seit dem augenblick daß mir der himmel es vergönnte und unsere nachbarschaft die gelegenheit gab daß ich die senora donna clara eure tochter und meine gebieterin erblickte ich sie von der nämlichen stunde zu meiner beherrscherin erwählte wenn es euch nun meinem wahrhaftigen herrn und vater nicht entgegen ist so will ich sie heut noch zu meiner gemahlin machen ihretwegen verließ ich das haus meines vaters ihretwegen legte ich diese kleidung an ihr zu folgen wohin sie nur ginge wie der pfeil dem ziele zufließt wie sich der schiffer nach dem angelstern wendet sie kennt meine liebe nicht wenn sie sie nicht aus meinen tränen erraten hat die sie mich einige mal hat vergießen sehen ihr senor kennt den reichtum und den adel meines vaters und daß ich sein einziger erbe bin scheint euch das hinreichend daß ihr mich ganz glücklich machen wollt so nehmt mich sogleich zum sohne an denn wenn mein vater andere absichten haben und dieses mein glück nicht hinlänglich schätzen sollte so hat die zeit mehr gewalt die dinge im leben zu verändern als der wille des menschen mit diesen worten endigte der verliebte jüngling und der auditor war in verwirrung und erstaunt teils über die verständige art mit welcher don luis seine absichten erklärt hatte teils weil er sich dadurch in einer lage befand in der er nicht wußte wie er einen schnellen entschluss fassen sollte er antwortete also nichts weiter als daß er sich beruhigen möchte und seine diener dahin bringen daß sie ihn diesen tag noch nicht zurückführten denn so würde man zeit gewinnen um zu überlegen wie sich alles zum besten einrichten ließe don luis küßte ihm mit gewalt die hände und badete sie mit seinen tränen wodurch wohl ein steinernes herz wie vielmehr das des auditors erweicht worden wäre der als ein verständiger mann schon eingesehen hatte wie vorteilhaft für seine tochter diese heirat sein würde wenn es nämlich möglich wäre sie mit der bewilligung des vaters des don luis zustande zu bringen der wie er wußte die absicht hatte seinem sohne eine der höchsten würden zu erwerben indessen hatten die gäste mit dem wirte schon frieden gemacht und zwar mehr durch des don kirotes gütliche überredung als auf seine drohungen sie hatten alles bezahlt und die diener des don luis warteten jetzt nur auf das ende der unterredung mit dem auditor als es der satan der nie schläft so einrichtete daß in diesem augenblicke der barbier in die schenke einkehrte dem don quixote den helm am prinz und sancho den sattel seines esels genommen und mit dem seinigen ausgetauscht hatte dieser barbier zog seinen esel in den stall und sah dort den sancho panza der etwas an seinem reitkissen ausbesserte und sowie er ihn sah und erkannte unterfing er sich ihn gleich mit folgenden worten anzugreifen ha ha don spitzbube finde ich dich hier wieder her mit deinem bartbecken und den reitkissen und mit dem übrigen sattel zeuge das du mir gestohlen hast sancho der sich so unversehens angreifen sah und zugleich diese schimpfworte vernahm faßte mit der einen hand sein reitkissen und gab mit der andern dem barbier eine solche maulschelle daß er ihm den mund mit blut überschwemmte dennoch wollte der barbier die beute des reitkissens nicht fahren lassen sondern fing so an zu schreien daß alle auf dies geschrei und auf diesen zwist herbeikamen er rief herbei im namen des königs und der gerechtigkeit weil ich widerhaben will was mir gehört will mich der mörder der straßenräuber umbringen du lügst antwortete sancho ich bin kein straßenräuber sondern mein herr don quixote hat die stücke in einem rechtmäßigen kriege gewonnen don quixote war schon zugegen und sah mit großem vergnügen zu wie gut sein stallmeister sich im verteidigen und angreifen verhielt seit dieser zeit hielt er ihn immer für einen mann von bedeutung und nahm sich in seinem herzen vor ihn bei erster gelegenheit zum ritter zu schlagen denn er glaubte daß bei ihm der orden der ritterschaft gut angewendet sei unter andern dingen welche der barbier im verlauf seines handels sagte rief er aus meine herren das reitkissen gehört mir zuverlässig wie ich gott meinen tod schuldig bin und ich kenne es so gut als wenn ich es zur welt gebracht hätte da steht mein esel im stall der mich nicht lügen strafen wird probiert es ihm nur auf und wenn es ihm nicht wie angegossen sitzt so will ich ein hundsfotz sein ja noch mehr an demselben tage da sie mir dies nahmen nahmen sie mir auch ein neues badbecken weg das ich noch nicht gebraucht hatte und wofür ich einen blanken taler hatte bezahlen müssen nun konnte sich don quixote nicht länger zurückhalten ohne zu antworten stellte er sich zwischen die beiden und trennte sie dann legte er das reitkissen auf die erde damit es öffentlich zur schaustände bis die wahrheit an den tag gekommen er sagte damit ihr meine herren klar und deutlich den irrtum einseht in welchem sich dieser einfältige stallmeister befindet indem er das ein badbecken nennt welches der helm mambrins war ist und sein wird den ich ihm im redlichen kriege abgewonnen und ihn zu meinem rechtmäßigen eigentum gemacht habe was das reitkissen betrifft so will ich mich da rein nicht mengen ich kann aber so viel sagen dass mein stallmeister sancho mich um die erlaubnis bat das sattelzeug von dem pferde des überwundenen feiglings zu nehmen und damit das seinige aufzuschmücken welches ich ihm auch bewilligte und er es nahm daß sich aber der sattel in ein kissen verwandelt hat davon weiß ich freilich keinen andern grund anzugeben als den gewöhnlichen das dergleichen verwandlungen in den taten der ritterschaft vorzukommen pflegen so lauf zur bestätigung dessen mein sohn sancho und hole jenen helm den dieser einfältige mensch für ein badbecken ausgeben will wahrhaftig sagte sancho wenn wir keinen anderen beweis haben als den da so ist der helm mambrins ebenso gut ein badbecken wie der sattel dieses einfältigen menschen ein reitkissen ist tu was ich dir gebiete versetzte don quixote denn es wird sich doch nicht alles in diesem kastell mit zauberei zutragen sancho ging hin wo das badbecken war und brachte es herbei sowie es don quixote sah nahm er es in die hand und sagte sehen meine herren doch nun mit welcher stirn dieser stallmeister behaupten kann dieses sei ein badbecken und kein helm wie ich es behauptete beim orden der ritterschaft aber zu welchem ich mich bekenne schwöre ich daß dieser helm der nämliche ist den ich ihm nahm ohne daß ich ihm irgendwas hinzu oder hinweg getan hätte das ist gewiss sagte sancho hierauf denn seit ihn mein herr erobert hat er ihn bisher nur in einer einzigen schlacht getragen als er die verfluchten kettenträger frei machte und wenn damals dieser badhelm nicht gewesen wäre so möchte es ihm wohl schlimmer gegangen sein denn in jener begebenheit fielen die steine im überfluss abschnitt 33 von don quixote von la mancha band eins von miguel de cervantes saavedra übersetzt von ludwig tig diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff viertes kapitel in welchem der zweifel über mambrins helm und das reitkissen aufgeklärt wird nebst anderen begebenheiten die sich zugetragen nach der wahrheit erzählt was sagt ihr nun meine herren sagte der barbier daß diese treffelichen leute immer noch behaupten und dabei bleiben daß dies kein bartbecken sondern ein helm sei und wer das gegenteil behauptet sagte don quixote dem will ich zeigen daß er lügt wenn er ein ritter ist ist er aber ein stallmeister so lügt er tausend und tausendmal unser barbier der immer zugegen war da er die seltsame gemütsart don quixotes sehr gut kannte wollte ihn noch toller machen und den spaß so weit treiben daß alle lachen mußten er wandte sich also zu dem fremden barbier und sagte herr barbier oder was ihr sonst sein mögt wisst daß ich auch ein mitglied dieser kunst bin und schon seit länger als zwanzig jahren mein examen überstanden habe auch bin ich ein kenner aller instrumente der barbierkunst ohne ausnahme und ebenso war ich auch eine zeit in meiner jugend soldat und weiß daher recht gut was ein helm und eine pickelhaube ist nebst anderen sachen die zur miliz das heißt zur rüstung eines soldaten gehören und ich behaupte daher wobei ich aber mein urteil immer bessern einsichten unterwerfe daß das was dieser edle herr jetzt in seinen händen hält nicht nur kein bartbecken sei sondern dem auch so entfernt ist wie das weiße vom schwarzen oder die wahrheit von der lüge ist doch behaupte ich auch ob es gleich ein helm ist so ist es doch kein vollkommener helm nein wahrlich nicht sagte don quixote denn es fehlt ihm die untere hälfte nämlich die halsberge so ist es sagte der pfarrer der die absicht seines freundes des barbiers wohl eingesehen hatte und dasselbe bestätigte cardenio don fernando und dessen begleiter ja der auditor würde seinerseits auch zu dem spaße mit beigetragen haben wenn ihn nicht der antrag des donuis zu tiefsinnig gemacht hätte der ernst aber der jetzt seine gedanken beschäftigte war ursache daß er sich wenig oder gar nicht um den scherz bekümmerte großer gott rief hierauf der betrogene barbier wie ist es doch möglich daß so viele angesehene leute behaupten daß dieses kein bartbecken sondern ein helm sei das könnte doch wahrlich eine ganze universität in erstaunen setzen wenn sie gleich noch so verständig wäre nun gut wenn dieses bartbecken ein helm ist so ist dieses reitkissen wohl auch ein pferdesattel wie dieser herr erst behauptet hat ob es ein reitkissen oder ein sattel sei sagte der pfarrer das steht nur dem herrn don quixote zu zu entscheiden denn in allen rittersachen halten ihn diese herren wie ich es auch tue für einsichtsvoller als alle beim himmel werte herren sagte don quixote so manche und so seltsame dinge sind mir in diesem kastell beidemal das ich hierherbergte zugestoßen daß ich mich nicht unterstehe irgend etwas mit sicherheit zu beantworten was dieses schloß betrifft denn ich halte dafür daß hier alles vermittelst bezauberungen zugehe das erste mal quälte mich ein verzauberter moor der sich hier aufhält unsäglich und dem sancho fiel er mit seinem gehilfen nicht minder lästig in dieser nacht bin ich wohl an diesem arm zwei stunden gehangen ohne daß ich begreifen kann wie oder wie ich nicht in dieses missgeschick verfiel darum wäre es ein unternehmen von ziemlicher verwegenheit in einer sache die so sehr verworren ist mein urteil zu sagen was das betrifft dass dieses ein bartbecken und kein helm sein soll darüber habe ich schon geurteilt aber ob dieses ein kissen oder ein sattel sei darüber unterstehe ich mich nicht eine erklärung von mir zu geben sondern überlasse dieses ganz eurer entscheidung vielleicht weil ihr keine geschlagene ritter seid wie ich mögen sich die bezauberungen dieses ortes nicht auf eure augen erstrecken daß ihr die sinne frei behalten und über die sachen in diesem kastell ein urteil fällen mögt wie sie wahrhaftig sind und nicht wie sie mir erscheinen wahrlich sagte don fernando herr don quixote hat es trefflich erwiesen daß uns die entscheidung zukomme damit aber dieses gründlicher geschehen könne will ich im geheimen die stimmen dieser herren sammeln und nachher bekannt machen was sich daraus ergibt für diejenigen die mit don quixotes laune bekannt waren war alles dieses etwas sehr lächerliches denen aber die nichts davon wußten schien es die größte tollheit von der welt zu sein vorzüglich den vier dienern des don luis dem don luis selber und drei anderen fremden die in die schenke gekommen waren und das ansehen von häschern hatten welches amt sie auch in der tat bekleideten wer aber am meisten darüber toll werden wollte war der barbier dessen bartbecken sich unter seinen augen in den helmen mambrins verwandelt hatte und der gar nicht zweifelte daß aus seinem kissen auch ein herrlicher pferdesattel werden würde alle lachten als don fernando herumging die stimmen zu sammeln und sein ohr hinhielt um in aller heimlichkeit zu erfahren ob jenes kleinod über welches sich so viel streit entsponnen ein kissen oder ein sattel sei nachdem er alle stimmen von denen gesammelt hatte die mit don quixote bekannt waren sagte er laut mein guter mann ich bin es müde so viele urteile einzuholen denn ich sehe daß wen ich nur um seine meinung frage antwortet daß es toll sei dies für ein eselskissen zu halten da es doch ein pferdesattel sei und zwar von einem pferde von echter rasse deshalb müßt ihr euch in geduld fassen denn trotz euch und eurem esel ist dies ein sattel und kein kissen und somit habt ihr eure sache verloren nein im himmel nicht rief der arme barbier aus ihr irrt euch meine herren denn so gewiß ich auf meine seligkeit hoffe so gewiß ist es ein kissen und kein sattel aber gewalt geht vor recht mehr will ich nicht sagen aber ich bin doch wahrhaftig nicht besoffen denn ich bin noch nüchtern sonst mag mich der satan gleich abrufen mehr kann ich nicht tun alle mußten über die närrischen reden des barbiers ebenso wie über die tollheiten des don quixote lachen der nunmehr sagte nun ist also nichts weiter zu tun als daß jeder das seinige nehme und was gott ihm gegeben mag st peter gesegnen einer von den vieren sagte wenn das nicht ein abgeredeter spaß ist so kann ich unmöglich glauben dass leute die so verständlich sind wie die hier gegenwärtigen oder die mir wenigstens klug scheinen sich unterstehen sollten es mit hartnäckigkeit zu leugnen dass dieses ein badbecken jenes ein reitkissen sei da ich aber sehe dass alle es leugnen so muss gewiß etwas dahinter stecken auf einer sache so hartnäckig zu bestehen die so sehr gegen vernunft und augenschein streitet denn das will ich schwören wobei er den kräftigsten fluch ausstieß daß mich alle menschen in der ganzen welt nicht davon abbringen sollen daß dieses kein badbecken und jenes kein eselskissen sei es könnte ja auch von einer eselinden sein sagte der pfarrer mag's doch sagte der diener denn darauf kommt es hier nicht an sondern ob dies ein reitkissen ist oder ob es das nicht ist wie ihr behauptet da dies einer von den angekommenen heschern hörte der den streit mit angesehen hatte rief er voller bosheit es ist so gewiß ein eselskissen wie mein vater und wer etwas anderes sagt der ist besoffen das lügst du wie ein nichtswürdiger halunke antwortete don quixote und hob seine stange auf die er niemals aus der hand ließ worauf er einen so gewaltigen hieb nach seinem kopfe ausholte daß wenn der hescher nicht ausgewichen wäre er ihn niedergeschlagen hätte die stange sprang hierauf auf dem boden in stücke und da die übrigen hescher sahen wie übel man ihrem gefährten begegne fingen sie an laut nach hilfe für die heilige brüderschaft zu schreien der wirt der ein mitglied derselben war kam sogleich mit seinem stabe und degen herbei und stellte sich seinen gefährten zur seite die diener des don luis stellten sich um don luis damit er ihnen nicht in dem getümmel entwische der barbier der den tumult sah griff wieder nach seinem kissen und ein gleiches tat sancio don quixote nahm das schwert zur hand und griff die hescher an don luis schrie den dienern zu daß sie ihn lassen sollten und dem don quixote cardenio und don fernando beistehen die sich alle des don quixote annahmen der pfarrer rief dazwischen die wirtin heulte die tochter weinte maritorn klagte dorothea war in verwirrung lucinde erstaunt und donna clara in ohnmacht der barbier prügelte auf sancio sancio drosch den barbier don luis den ein diener am arm hielt daß er nicht entwische gab diesem einen faustschlag daß ihm das gesicht mit blut bedeckt wurde der auditor nahm sich seiner an don fernando stand mit den füßen auf einem hescher auf dem er nach herzenslust herumtanzte der wirt fing wieder mit lauter stimme an um hilfe für die heilige brüderschaft zu schreien so daß die ganze schenke klagen rufen schreien verwirrung entsetzen furcht unheil prügel maul schälen schläge tritte und blut vergießen war mitten in diesem chaos und unseligen labyrinth von verworrenheit kam es dem don quixote plötzlich in die gedanken daß dieses das getümmel und der wirrwarr im lager des agramant sei und deshalb schrie er so laut daß seine stimme durch die ganze schenke dröhnte haltet inne stehet still seid ruhig hört mich an wenn ihr das leben behalten wollt auf diese furchtbare stimme wurden alle ruhig und er fuhr fort sagt ich euch nicht meine herren daß dieses castell bezaubert sei und daß es der wohnsitz von tausend bösen geistern sein müsse zur bestätigung dessen habt ihr es mit euren eigenen augen gesehen wie sich unter uns die unordnung und zwietracht des agramantischen nagers eingeschlichen hat seht wie man hier um ein schwert dort um ein pferd streitet hier um einen adler dort um einen helm und wir alle kämpfen und wissen nicht was wir wollen kommt hierher mein herr auditor und ihr herr pfarrer damit der eine den könig agramant und der andere den könig sobrino vorstelle und so der friede eingerichtet werde denn beim allmächtigen gott es ist eine große hundsföterei daß sich so viele treffliche männer als hier zugegen sind um solche lumpereien ermorden die hescher die des don quixote redensarten nicht verstanden und sich von don fernando cardenio und seinen gefährten so schlecht behandelt sahen wollten nicht frieden halten der barbier war da zu willig denn im kampfe war sein bart und das kissen zerrissen worden sancho gehorchte beim ersten wink seines herrn wie ein redlicher diener die vier diener des don luis gaben sich auch zur ruhe da sie sahen daß ihnen die unruhe nicht bekam nur der wirt bestand darauf daß man die rasereien des tollen menschen bestrafen müsse der alle augenblicke die schenke in aufruhr bringe endlich aber beruhigte sich der lärm das kissen blieb ein sattel bis zum tage des gerichts das bartbecken ein helm und die schenke in don quixotes einbildung ein kastell da nun alles friedfertig war und alle auf des auditors und pfarrers zureden freunde geworden bestanden die bedienten des don luis von neuem darauf daß er sogleich mit ihnen umkehren solle und indem dies geschah fragte der auditor den don fernando cardenio und den pfarrer um rat was er tun solle wobei er ihnen alles wiederholte was ihm don luis zu erkennen gab und ihnen sagte daß es seine absicht sei daß don luis mit ihm nach andalusien gehe wo ihn der marquez sein bruder so aufnehmen würde wie don luis es verdiene und daß dieser nicht willens sei jetzt zu seinem vater zurück zu gehen und wenn man ihn in stücke risse da die viere die würde des don fernando und die absicht des don luis erfuhren so beschlossen sie unter sich daß drei zurückkehren sollten um dem vater zu erzählen was ich zugetragen habe der eine aber sollte zu den diensten des don luis bleiben und ihn nicht eher verlassen bis jene zurückkämen oder er erführe was der vater seinetwegen beschlossen habe so wurden durch das ansehen des agramand und die klugheit des königs sobrino diese verworrenen händel entwickelt da sich aber der feind der eintracht und der widersacher des friedens so verspottet und verachtet sah und wie ihm so wenig nutzen daraus erwachsen daß er sie alle in dieses labyrinth geführt hatte beschloss er noch einmal hand anzulegen und zwist und unfrieden von neuem zu erwecken so kam es nun daß die hescher ruhig wurden da sie gemerkt daß sie mit vornehmen leuten gestritten hatten sie zogen sich aus den händeln zurück weil sie glaubten es möchte sich entscheiden wie es wollte so würden sie in dieser schlacht immer den kürzeren ziehen der eine aber der von don fernando geprügelt und getreten war erinnerte sich daß unter anderem verhafts befehlen die er gegen einige delinquenten bei sich habe er auch einen gegen don quixote mit sich führe den die heilige brüderschaft deshalb ausgestellt weil er die galären sklaven frei gemacht wie sanche es immer mit vielem grunde befürchtet hatte da ihm dieser gedanke einfiel wollte er sich überzeugen ob die angegebenen kennzeichen mit don quixote übereinstimmten er nahm deshalb ein pergament aus dem busen und fand das was er suchte nun fing er an langsam zu lesen denn das lesen wurde ihm sauer und bei jedem wort das er las warf er die augen auf don quixote und verglich die kennzeichen des befehls mit dem gesichte des don quixote worauf er überzeugt wurde daß er der nämliche sei den er hier beschrieben fand kaum wußte er dieses gewiß als er sein pergament wieder einsteckte in der linken den befehl hielt und mit der rechten don quixote so kräftig beim kragen ergriff daß dieser kaum atem holen konnte wobei er mit lauter stimme rief im namen der heiligen brüderschaft und damit ihr seht daß ich recht habe leset diesen befehl worin mir geboten wird diesen straßenräuber zu fangen der pfarrer nahm den befehl und sah daß der hescher die wahrheit sagte da alle angegebene kennzeichen auf don quixote passten dieser aber da er sich von einem so gemeinen bösewicht behandelt sah geriet in die äußerste wut er strengte alle seine kräfte an und packte mit beiden händen den hescher bei der gurgel daß wenn ihm seine gefährten nicht zu hilfe gekommen dieser ehe den geist aufgegeben als don quixote seine beute fahren gelassen hätte der wirt der ihnen vermöge seines amtes beistehen mußte lief sogleich hinzu um ihnen hilfe zu leisten die wirtin die ihren mann von neuem in händel verwickelt sah erhob von neuem ihre stimme bei deren klang auch maritoren und die tochter einstimmten und den himmel sowie die umstehenden um hilfe riefen da sancho sah was vorging rief er aus so wahr gott lebt es ist doch wahr was mein herr von den bezaubereien dieses kastells sagt denn man kann nicht eine stunde ruhig darin leben don fernando trennte den hescher und don quixote und machte ihnen beiden zu ihrer freude die hände los die dieser im collar und jener in der gurgel des anderen verwickelt hatte deshalb wollten aber die hescher ihre beute nicht fahren lassen sie riefen man solle ihnen helfen den menschen binden dies sei man dem könige und der heiligen brüderschaft schuldig in deren namen sie wiederum um beistand baten um diesen spitzbuben straßenräuber und buschklepper gefangen zu nehmen don quixote lachte als er diese reden hörte und sagte mit großer leutseligkeit hört doch ihr törichten und schlecht erzogenen menschen nennt ihr das die straßen berauben wenn man gefesselte befreit gefangene losmacht den elenden hilfe leistet die gefallenen aufrichtet die hilfsbedürftigen tröstet o ihr nichtswürdigen menschen ihr verdient durch eure niederträchtige dummheit daß euch der himmel die trefflichkeit niemals einsehen läßt welche die irrende ritterschaft mit sich führt daß er niemals diese sündhafte unwissenheit von euch nimmt die euch hindert den schatten eines irrenen ritters zu verehren wie viel mehr den ritter selbst mit seiner körperlichen gegenwart wer war so töricht nicht zu wissen daß die irrenden ritter von jedem gerichte ausgenommen sind daß ihr schwert ihr gesetz ihre stärke ihr gericht ihr wille ihre vorschrift ist welcher irrende ritter zahltribut zoll akzise fuhren fährgeld welcher schneider legt ihm über seine kleidung eine rechnung vor welcher kastellan nimmt ihn wohl in sein kastell auf und lässt sich die zehrung bezahlen welcher könig zieht ihn nicht zur tafel welche jungfrau vertraut ihm nicht und übergibt sich gänzlich seiner willkür und endlich welcher irrender ritter war ist und wird wohl in der welt sein der nicht die gewalt hätte für sich ganz allein vierhundert häschern prügel zu geben wenn sie ihm in den weg treten abschnitt 34 von don quixote von la mancha band eins von miguel de cervantes saavedra übersetzt von ludwig tig diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff fünftes kapitel merkwürdiges abenteuer mit den häschern und furchtbare wut unseres edlen ritters don quixote indem don quixote dieses sprach suchte der pfarrer den häschern deutlich zu machen daß es don quixote an verstand fehle wie sie aus seinen taten und worten hinlänglich abnehmen könnten darum wenn sie ihn auch gefangen fortführten so würden sie ihn doch als einen unsinnigen wieder loslassen müssen worauf der mit dem verhaftsbefehl antwortete daß es nicht sein amt sei über don quixotes unvernunft zu urteilen sondern das auszurichten was ihm von seinen oberen anbefohlen sei und daß wenn er einmal gefangen man ihn nachher dreihundertmal loslassen könne dennoch sagte der pfarrer werdet ihr ihn diesmal nicht fortführen auch wird er sich nicht fortführen lassen soviel ich davon begreife kurz der pfarrer wußte soviel gründe vorzubringen und don quixote wußte soviel narrheiten anzustellen daß die häscher noch närrischer als er selber gewesen wären wenn sie nicht seinen unverstand eingesehen hätten sie fanden also für gut sich zufrieden zu geben ja oben ein in frieden zwischen dem barbier und dem sancho panza zu vermitteln die noch immer mit großem eifer in ihren zwist verwickelt waren doch brachten sie endlich als mitglieder der gerechtigkeit alles ins gleiche und zeigten sich als schiedsrichter so daß beide parteien wenn auch nicht zufrieden doch so ziemlich beruhigt wurden sie tauschten zwar die kissen aber nicht gurt und halfter um was den helm mambrins betraf so bezahlte der pfarrer heimlich ohne daß es don quixote merkte für das bartbecken acht realen worüber ihm der barbier eine quittung ausstellte daß er sich aller rechte darauf für jetzt bis auf alle künftige zeiten entäußere da diese beiden hände als die vorzüglichsten und wichtigsten geschlichtet waren blieb nur noch das zurück daß sich die drei diener des don luis darein fanden zurückzugehen und daß der eine blieb don fernando auf seiner reise zu begleiten da aber ein günstiges schicksal und glückliches verhängnis angefangen hatten alle schwierigkeiten zugunsten der liebhaber und der tapfern in der schenke aus dem wege zu räumen so sollte es auch zu ende geführt und allem ein glücklicher ausgang gegeben werden so daß die diener des don luis mit seinem entschluss zufrieden waren worüber donna clara so vergnügt wurde daß jeder der ihr angesicht betrachtete die freude ihrer seele darauf lesen konnte zoraida obgleich sie wenig von dem begriff was sich zugetragen hatte wurde immer traurig oder freute sich im allgemeinen je nachdem sie diese empfindung auf den übrigen gesichtern wahrnahm vorzüglich auf dem ihres spaniers von dem sie die augen nicht verwandte und auf welchen sie ihre ganze seele heftete der wirt dem die gabe und die bezahlung des pfarrers an den barbier nicht entgangen war verlangte die zehrung des don quixote nebst seinem schaden wegen der schläuche und des verschütteten weins wobei er schwur daß weder raffinante noch sancios esel aus der schenke kommen sollten wenn ihm nicht alles bis auf den letzten heller bezahlt wäre der pfarrer beruhigte ihn und don fernando bezahlte alles und der auditor bot sich auch freiwillig zur bezahlung an so war nun alles zur ruhe und friedseligkeit zurückgebracht so daß die schenke nun nicht mehr die zwietracht im agramantischen lager wie don quixote gesagt hatte sondern den frieden und die ruhe des oktavianischen zeitalters darstellte alle waren der meinung daß man dies dem guten willen und der großen beredsamkeit des herrn pfarrers wie der seltenen freigebigkeit des don fernando zu verdanken habe als nun don quixote sah daß er aus allen seinen händeln wie sein stallmeister aus den seinigen frei und losgewickelt war schien es ihm tauglich die angefangene reise fortzusetzen und jenes große abenteuer zu beendigen zu dem er berufen und auserwählt war mit edler entschlossenheit kniete er also zu den füßen der dorothea nieder die es aber nicht zugab daß er ein wort rede bis er wieder aufgestanden sei ihr zu gehorchen stellte er sich aufrecht und sagte in vielen und wichtigen dingen hat die erfahrung bewiesen daß derjenige welcher unermüdlich ist selbst einen zweifelhaften plan ausführen mag nirgend aber zeigt sich diese wahrheit einleuchtender als im kriege wo schnelligkeit den absichten des feindes zuvorläuft und den sieg erlangt ehe das gegenteil noch zur verteidigung anstalt machte dieses sage ich darum erhabene und glorreiche dame weil es mir scheint daß dies verweilen in diesem kastelle nicht zu unserem nutzen gereicht und uns selber schaden bringen kann wie wir in der zukunft merken werden denn wer kann sagen ob euer feind der riese nicht durch verborgene und fleißige spione erfahren hat daß ich komme um ihn zu vernichten und er nun raum und zeit gewinnt sich in einem unüberwindlichen kastelle oder in einer festung so zu verschanzen daß all mein eifer und die stärke meines unermüdlichen armes nur wenig gegen ihn vermögen hier schwieg don quixote und sagte nichts weiter indem er in ruhiger stellung die antwort der schönen infantin erwartete diese erwiderte ihm mit würdiger gebärde und in feiner manier auf folgende weise sehr danke ich euch herr ritter für das verlangen welches ihr bezeugt mir in meiner großen bedrängnis beizustehen wie es einem ritter geziemt dem es auferlegt ist weisen und notleidenden ein helfer zu sein gebe nur der himmel daß meine und eure wünsche erfüllt werden damit ihr seht daß es dankbare frauen in der welt gibt was meine abreise betrifft so mag sie sogleich vor sich gehen denn mein verlangen dazu ist so heftig wie das euerige ihr habt über meinen willen unumschränkt zu gebieten da ich euch die beschützung meiner person übergab und in eure hände die wiedererlangung meiner würde legte so darf ich dem niemals widersprechen was eure weisheit anzuordnen für gut befindet in gottes namen sagte don quixote da eine gebieterin sich so erniedrigt will ich die gelegenheit nicht versäumen selbige zu erhöhen und auf ihren rechtmäßigen thron zu setzen sogleich wollen wir abreisen denn der boden brennt hier unter meinen füßen im zögern liegt die gefahr da der himmel nichts erschaffen die hölle nichts vorgebracht was mich in furcht und schrecken setzen könnte so sattle du sancho flux den rocinante bereite deinen esel sowie den zelter der königin und wir wollen vom kastellan und diesen herren abschied nehmen um uns gleich diesen augenblick auf den weg zu machen sancho der zugegen war sagte indem er den kopf von einer seite zur andern schüttelte ach lieber bester gnädigster herr da fällt mehr böses im dörfchen vor als man sich träumen läßt mit erlaubnis aller der geputzten damen zu sagen welch böses könnte für mich in irgend einem dorfe ja in allen städten der welt sein das zu meiner herabsetzung dienen könnte du lump wenn ihr böse werdet antwortete sancho so will ich schweigen und das lieber nicht sagen wozu ich doch als ein guter stahlmeister verpflichtet wäre und was ein treuer diener seinem herrn wohl sagen müßte sage was du willst versetzte don quixote wenn deine worte mir nur keine furcht erregen sollen denn wenn du dich fürchtest so handelst du wie es dir zukommt und wenn ich mich nicht fürchte so handle ich wie es mir geziemt das ist es gar nicht so wahr mir gott helfen soll antwortete sancho panza sondern daß ich gewiß weiß ja es selber gesehen habe daß nämlich diese dame die sich für die königin des großen mikomekonischen königreichs ausgibt so wenig ist wie meine mutter denn wenn sie das wäre würde sie nicht immer mit dem einen sich schmatzen der sich hier umhertreibt so wie man nur den kopf dreht und den rücken wendet bei diesen worten des sancho überzog eine hohe röte doroteas gesicht denn ihr gemahl don fernando hatte wirklich einige male heimlich seine lippen einen teil der belohnung nehmen lassen die seine liebe verdiente dies hatte sancho gesehen und er glaubte daher daß dies mehr einer buhlerin als der königin eines großen reiches zukomme sie aber konnte und wollte sancho nichts antworten sondern ließ ihn fortsprechen und er sagte weiter dies sage ich nur mein herr daß wenn wir nun alle wege und stege durchlaufen haben schlimme nächte und noch schlimmere tage überstanden endlich einer die früchte unserer arbeit eingesammelt der hier in der schenke sitzt darum hat es gar nicht so große eile den rofinante zu satteln und den esel und den zelter zu bereiten denn es wird besser sein wir bleiben hier ruhig jede hure an ihrem spinnrocken und wir zu tische o hilf himmel ha wie schrecklich war die wut die sich des don quixote bemeisterte als er diese ungeziemlichen reden seines stallmeisters vernahm sie war so furchtbar daß er mit gebrochener und stammelner zunge feuerflammen aus den augen schießend ausrief o du nichtswürdiger schurke du schlechtdenkender ungezogener verräterischer unwissender dummer verleumderischer tollkühner lästerer und lügner solche reden wagst du in meiner und dieser durchlauchtigen damengegenwart zu führen dergleichen schändlichkeiten bist du rasend genug nur in deine verrückten gedanken aufzunehmen aus meinen augen du ungeheuer der natur du magazin von lügen arsenal von verleumdungen stapelplatz aller niederträchtigkeit du erfinder der bosheit schwätzer der tollheiten du feind alles anstandes dem man königlichen häuptern schuldig ist aus meinen augen und laß dich nicht ferner schauen wenn du nicht meines zornes gewärtig sein willst dies sprach er indem er die augenbrauen zusammenzog die backen aufblies nach allen seiten umschaute und mit dem rechten fuße heftig auf die erde stampfte alles zeichen des grimmes der in seinen eingeweiden wütete bei diesen worten und rasenden gebärden wurde sancho auch so furchtsam und mutlos daß er wünschte die erde möchte sich unter seinen füßen auftun und ihn verschlingen er wußte keinen anderen rat als daß er sich plötzlich umwandte und sich aus der nähe seines erbosten gebieters entfernte die verständige dorothea aber die schon hinlänglich mit der weise don quixotes bekannt war sagte um seinen zorn zu mildern erzürnt euch nicht herr ritter von der traurigen gestalt daß euer stallmeister solche torheiten vorgebracht denn vielleicht hat er es nicht ohne ursache getan auch läßt sich nicht von seiner redlichkeit oder christlichem gewissen argwöhnen daß er ein falsches zeugnis ablege man muß daher glauben ohne in ihn ein mißtrauen zu setzen daß sowie nach eurer meinung herr ritter alle dinge in diesem kastell bezaubert sind es wohl auch sein kann daß sancho durch diese teuflische vermittlung das wirklich gesehen hat was er jetzt zum nachteil meiner ehre gesehen zu haben behauptet beim höchsten allmächtigen gott rief don quixote aus eure hoheit hat den rechten fleck getroffen irgendeine böse erscheinung muß dem armen sünder sancho vor die augen getreten sein die ihm das gezeigt hat was er ohne bezauberung unmöglich sehen konnte denn ich kenne die redlichkeit und unschuld des armen pinsels zu gut als daß er gegen irgend jemanden ein falsches zeugnis ablegen könnte so ist es sagte don fernando deshalb müßt ihr ihm auch gnädiger herr don quixote vergeben und ihn in den schoß eurer liebe zurückführen sicut errat in principio ehe dergleichen erscheinungen sein gehirn eingenommen haben don quixote antwortete daß er ihm verzeihe und der pfarrer ging fort um sancho zu suchen der demütig hereinkam niederkniete und seinen herrn um seine hand bat dieser gab sie ihm sancho küsste sie und jener gab ihm seinen segen und sprach nun wirst du gewiss einsehen sancho mein sohn was ich dir oftmals gesagt daß alle dinge in diesem kastell nicht anders als durch bezauberung vor sich gehen das glaube ich auch sagte sancho ausgenommen die prelle die auf dem natürlichen wege vor sich ging auch dieses glaube nicht antwortete don quixote denn wenn es so geschehen würde ich dich schon damals oder auch jetzt gerecht haben aber weder damals noch jetzt konnte ich es oder sah jemandem an dem ich dein erlittenes unrecht hätte rächen können alle wollten wissen was das mit der prelle zu bedeuten habe und der wirt erzählte darauf sanchos flugwerk von anfang zu ende worüber alle lachten und sancho von neuem böse werden wollte wenn ihm sein herr nicht abermals versichert hätte das alles bezauberung gewesen doch erreichte sanchos torheit niemals eine solche höhe daß er etwas anderes hätte glauben sollen als daß dies ein einfaches natürliches ding gewesen und daß er von menschen von fleisch und bein und nicht von erträumten gespenstern geprellt sei wie sein herr sagte und ihn wollte glauben machen es waren nun schon zwei tage verflossen seit diese ganze erlauchte gesellschaft sich in der schenke aufgehalten es schien ihnen allen zeit zur abreise zu sein und man machte anstalt dazu ohne daß dorothea und don fernando sich die mühe zu geben brauchten den don quixote bis nach seinem dorfe zu begleiten um die list mit der befreiung der mikomikonischen prinzessin durchzuführen sondern wie es der pfarrer und barbier wünschten wurde es eingerichtet daß sie ihn mitnehmen konnten um ihn in seiner heimat aus seinem unsinn wieder zu sinnen zu bringen sie kamen nämlich dahin überein daß sie mit einem manne mit einem ochsenkarren einen handel schlossen der von ungefähr dort durch kam damit dieser ihn auf dem karren auf folgende weise mitnehmen sollte sie machten etwas wie einen käfig aus hölzernen stangen der geräumig genug war daß don quixote bequem darin liegen konnte und don fernando und seine gefährten nebst den dienern des don luis und den häschern wie auch dem wirte bedeckten sich sogleich auf anordnung des pfarrers die gesichter und entstellten sie einer auf diese der andere auf eine andere weise so daß don quixote sie für ganz andere menschen halten mußte als diejenigen welche er in diesem kastell gesehen hatte hierauf gingen sie in der größten stille dahin wo don quixote von seinen streitigkeiten ermüdet schlief sie gingen zu ihm der sicher solchen überfalls im ruhigen schlafe war und banden ihm die hände und füße so daß als er mit schrecken erwachte er sich nicht bewegen auch nichts weiter tun konnte als sich verwundern und über die seltsamen gesichter erstaunen die er vor sich sah er verfiel sogleich auf das was ihm seine verwirrte einbildung immer vorstellte und glaubte daß alle diese gestalten gespenster wären die im bezauberten kastell umgingen und daß er ebenfalls bezaubert sei weil er sich nicht bewegen oder verteidigen konnte alles dies geschah so wie der pfarrer geglaubt hatte daß es kommen würde der der erfinder dieser komödie war sancho hatte allein seinen verstand und seine eigentümliche gestalt behalten es fehlte ihm zwar nur wenig um ebenso unpass als sein herr zu sein er kannte aber doch alle diese verstellten personen er wagte es indes nicht den mund aufzutun sondern wollte abwarten was aus dem überfall und der gefangenehmung seines herrn werden würde der auch keinen laut von sich gab sondern das ende seines schicksals bedachte welches darin bestand daß man den käfig herbeibrachte und ihn hineinsteckte worauf man die bretter so fest vernagelte daß er sich nur mit großer mühe aufbrechen ließ hierauf nahmen sie ihn auf die schultern und sowie sie aus dem gemache gingen hörten sie eine furchtbare stimme so schrecklich sie nur immer der barbier hervorbringen konnte nicht der mit dem reitkissen sondern der andere welcher sagte o ritter von der traurigen gestalt nicht müsse dir dieses dein gefängnis bekümmernis geben denn also muß es geschehen um desto schneller das abenteuer zu vollbringen welches du mit deiner großen gewalt unternommen solches wird vollbracht sein wenn der wütende mantianische loy mit der weißen turbosinischen taube in eins verbunden den erhabenen nacken in das sanfte eheständische joch geschmiegt aus welcher unerhörten vermählung an das licht der welt die tapfere brut geboren wird welche die kühnen griffe ihres edlen vaters nachahmen soll und dieses wird geschehen bevor noch der nachfolger der flüchtigen nymphe zu zweienmalen die leuchtenden bilder auf seinem natürlichen und schnellen laufe durcheilen wird du aber edelster und gehorsamster stallmeister der jemals ein schwert im gürtel einen bart im gesicht und geruch in der nase hatte sei nicht erschrocken betrübe dich nicht so vor deinen augen die blume der irrenen ritterschaft wegführen zu sehen denn bald wenn es dem bildner der welt also gefällt wirst du dich so hoch und glorreich befinden daß du dich selber nicht erkennst und dir werden die versprechungen die dir dein großer gebieter getan nicht verloren gehen wisse dir nach von seiten der weisen lügneri niana daß dein gehalt dir ausgezahlt wird wie du es durch die tat erkennen sollst folge nun den fußstapfen des starken bezauberten ritters denn ihr sollt beide beisammen bleiben da mir nicht mehr zu sagen vergönnt ist so geleite euch gott denn ich gehe an den ort den ich wohl kenne gegen das ende der prophezeiung erhob er die stimme sehr laut und ließ sie dann nach und nach in so leisen tönen verhallen daß selbst diejenigen die um den spaß wußten in versuchung kamen das für wahrheit zu halten was sie hörten don quixote war durch die prophezeiung die er gehört hatte getröstet denn er sah im augenblicke die ganze bedeutung derselben ein das ihm nämlich versprochen werde in einer heiligen und rechtmäßigen mit seiner geliebten dulcinea von toboso verbunden zu sein aus deren glücklichen schoße die brut entsprießen solle nämlich seine söhne die der ewige ruhm der lamantia sein würden da er dies fest und zuverlässig glaubte erhob er die stimme holte einen tiefen seufzer und sprach o du wer du auch sein magst der mir diese glückliche weissagung gestellt ich flehe dich an meinerseits den weisen zauberer zu bitten der mich bewacht und schirmt daß er mich nicht in diesem gefängnisse verderben lassen wolle in welchem ich jetzt fortgeführt werde bis jene frohe und herrliche versprechung an mir in erfüllung geht die ich soeben vernommen habe wenn dies geschieht will ich für ruhm die pein dieses gefängnisses achten für freude die ketten die mich umgeben und für kein hartes schlachtfeld diese trage in der ich mich befinde sondern für süße kissen und ein glückliches hochzeitsbette was den trost sancho panzas meines stallmeisters betrifft so vertraue ich seinem edelmute so viel daß er mich so wenig in meinem guten wie in meinem schlimmen glücke verlassen wird denn wenn durch seine schuld oder mein böses verhängnis es mir auch unmöglich würde ihm die insel oder ein anderes ding von gleichem werte zu geben wie ich ihm versprochen habe wird er doch wenigstens seinen gehalt nicht verlieren können weil ich in meinem testamente das schon gemacht ist bestimmt habe was er bekommen soll nicht seinen vielen und trefflichen diensten angemessen sondern nur so viel in meiner möglichkeit steht sancho verneigte sich sehr höflich und küßte ihm beide hände denn eine konnte er nicht fassen weil beide zusammengebunden waren zugleich nahmen die gespenster den käfig auf ihre schultern und setzten ihn alsbald auf den ochsenkarren ende von abschnitt 34 abschnitt 35 von don quixote von la mancha band 1 von miguel de cervantes saavedra übersetzt von ludwig tig diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff sechstes kapitel höchst seltsame weise auf welche don quixote von la mancha bezaubert war nebst anderen wundervollen begebenheiten als don quixote sich nun im bauer und auf dem karren sah sprach er viele und denkwürdige geschichten von irrenen rittern habe ich gelesen aber niemals habe ich gelesen noch gesehen oder gehört dass man bezauberte ritter auf solche weise fortführte und in so langsamer bewegung als man von diesen faulen und zögernden tieren erwarten darf denn sie pflegen sonst immer mit unbegreiflicher schnelligkeit durch die lüfte geholt zu werden entweder in einer dunklen und finstern wolke oder auf einem feurigen wagen oder auch auf einem hypoglyphen oder einem anderen ähnlichen getier dass man mich aber jetzt auf einem ochsenkarren abholt bei gott das erregt meine verwunderung vielleicht aber dass die ritterschaft und die bezauberungen in unserer zeit sich anders erzeigen als sie in vorigen zeitaltern taten und darum ist es wohl möglich dass weil ich ein neuer ritter bin und der erste der die übung der schon vergessenen abenteuernden ritterschaft wieder auferweckt auch mit mir neue arten der bezauberung erfunden werden sowie neue weisen die bezauberten fortzuführen was meinst du hierüber sohn sancho ich weiß nicht was ich hierüber meinen soll antwortete sancho weil ich nicht so wie ihr in der irrenden schriften bewandert bin aber doch wollte ich mich unterstehen zu behaupten und zu beschwören daß diese gespenster die hier mit uns gehen nicht so ganz rechtgläubig sind rechtgläubig mein himmlischer vater rief don kirota aus wie sollten sie denn rechtgläubig sein da sie teufel sind die diese phantastischen leibe an sich genommen haben um dies zu verrichten und mich in diese lage zu versetzen und wenn du dich von dieser wahrheit überzeugen willst so darfst du sie nur berühren oder angreifen und du wirst sehen daß ihre körper nur aus luft sind und keinen bestand sondern nur den anschein haben meiner seele antwortete sancho ich habe sie angerührt und dieser teufel der hier so emsig ist hat ein derbes gutes fleisch und dabei noch eine andere eigenschaft die sehr von der unterschieden ist wie ich mir immer die teufel habe beschreiben lassen denn man hat mir gesagt daß alle nach schwefelstein und nach anderen bösen dingen stinken der riecht aber auf eine halbe meile weit nach ambra sancho meinte hiermit den don fernando der als ein vornehmer herr so roch wie ihn sancho beschrieb wundere dich deshalb nicht freund sancho antwortete don quixote denn du mußt wissen daß die teufel mancherlei können und wenn sie auch gerüche annehmen so riechen sie doch selber nach nichts denn sie sind geister und wenn sie riechen können sie unmöglich angenehm sondern nur widerlich und stinkend riechen weil sie nämlich ihren aufenthalt die hölle allen talben mit sich führen und in ihren qualen für keine art von erquickung empfänglich sind und da der angenehme geruch etwas erfreuliches und liebliches ist so können sie ihn auch unmöglich riechen kommt es dir also vor als wenn dieser teufel von welchem du sprichst nach ambra röche so täuschst du dich entweder oder er will dich täuschen damit du ihn für keinen teufel halten sollst diese gespräche fielen zwischen dem herrn und dem diener vor und da don fernando und cardenio fürchteten daß sancho am ende die ganze verstellung entdecken möchte da er ihr schon so sehr auf der spur war so beschlossen sie die abreise zu beschleunigen und riefen den wirt beiseite dem sie befahlen den rofinante zu satteln und den esel des sancho aufzuzäumen welches dieser auch in größter schnelligkeit tat der pfarrer war indes mit den herrschern schon einig geworden daß sie ihn bis nach seinem dorfe begleiten sollten wofür er ihnen jeden tag etwas bestimmtes gab an den sattelknopf des rofinante hing cardenio auf der einen seite den schild und auf der anderen das bartbecken hierauf befahl er dem sancho durch zeichen auf seinen esel zu steigen und die zügel des rofinante zu fassen zu den beiden seiten des karren ließ er die beiden hescher sich mit ihren flinten verfügen ehe der karren aber wegfuhr kamen die wirtin ihre tochter und maritoren herbei um von don quixote abschied zu nehmen die sich stellten als wenn sie seinen unfall sehr bejammerten don quixote sprach zu ihnen weinet nicht meine edlen damen denn allen solchen unglücksfällen sind diejenigen unterworfen welche das handwerk treiben zu dem ich mich bekenne und wenn mir der gleichen trübsal nicht zustieße so würde ich mich für keinen berühmten irrenen ritter halten denn solche ritter die wenig namen und ruhm genießen sind dergleichen sachen niemals ausgesetzt weil keiner in der welt sich sonderlich um sie kümmert vergebt mir schöne damen wenn ich euch durch meine unachtsamkeit eine beschwer verursacht denn vorsätzlich und mit meinem wissen verursache ich niemandem eine und bittet gott dass er mich aus dieser gefangenschaft erlöse in die mich irgendein schlecht denkender zauberer versetzt hat denn wenn ich mich daraus befreit sehe so wird die güte die ihr mir in diesem kastell erzeigt niemals meinem gedächtnisse entweichen so daß ich suchen werde sie zu erkennen mich ihrer zu erinnern und sie zu vergelten wie sie es wert ist indes dieses zwischen den damen des castells und don quixote vorfiel nahmen der pfarrer und der barbier von don fernando und seinen gefährten abschied vom kapitän und seinem bruder und von allen sehr vergnügten damen vorzüglich von dorothea und luzinde alle umarnten sich und versprachen einander von ihren begebenheiten nachricht zu geben don fernando sagte dem pfarrer wohin er schreiben könne um ihm mitzuteilen wie es mit don quixote würde indem er versicherte daß ihm nichts so viel vergnügen machen werde als dies zu erfahren er wolle ihm im gegenteil von allem nachricht erteilen was ihm einiges vergnügen gewähren könne von seiner verheiratung von der taufe der zoraida und dem erfolge des don luis und der rückkehr der luzinde in ihre heimat der pfarrer sagte daß er alle befehle mit der größten pünktlichkeit ausrichten würde sie umarnten sich herauf von neuem und von neuem wurden die freundschaftlichen anerbietungen wiederholt der wirt ging auf den pfarrer zu und gab ihm einige blätter von denen er sagte daß er sie in einer falte des mantelsacks gefunden habe in welchem die novelle von der unziemlichen neugier lag der herr dem es gehörte würde wohl niemals wiederkommen er möchte diese papiere also nur mitnehmen da er überdies nicht lesen könne wären sie ihm nichts wert der pfarrer dankte ihm schlug sie auf und sah daß vorn geschrieben stand novelle von rinconete und cortario woraus er sah daß es eine novelle war und den schluss zog daß da diejenige von der unziemlichen neugier gut gewesen sei es auch diese wohl sein könne weil sie wahrscheinlich von demselben verfasser herrühre er verwahrte sie also und nahm sich vor sie bei der ersten gelegenheit zu lesen er stieg zu pferde und dies tat auch sein freund der barbier indem sie beide ihre masken vornahmen damit sie von don quixote nicht sogleich erkannt würden und so fingen sie an hinter dem karren herzureiten die ordnung des zuges war folgende voran ging der karren von seinem herrn geführt zu beiden seiten die hescher wie oben beschrieben mit ihren flinten bewaffnet dann folgte sancho panza der auf seinem esel saß und den rofinante am zügel hinter sich führte hinter diesem kamen der pfarrer und barbier auf ihren starken maultieren mit maskierten gesichtern und ernstem und feierlichem anstande indem sie nicht schneller ritten als es ihnen der langsame gang der ochsen erlaubte don quixote saß in einem käfig die hände gebunden die beine ausgestreckt an die stangen gelehnt so still und so geduldig daß er mehr ein bild aus stein als ein mensch von fleisch zu sein schien in diesem langsamen feierlichen zuge reisten sie wohl zwei meilen als sie in ein tal kamen wo es den ochsentreiber gut dünkte auszuruhen und die ochsen weiden zu lassen als er dies dem pfarrer sagte schlug der barbier vor daß man noch etwas weiter ziehen sollte denn er wisse daß hinter einem abhange den sie nahe vor sich sahen ein tal liege in welchem das gras noch häufiger und schöner sei als in dem in welchem sie halt machen wollten der vorschlag des barbiers wurde angenommen und sie setzten also ihre reise weiter fort in dem wandte der pfarrer das gesicht und sah daß sechs oder sieben wohl berittene und gut gekleidete leute hinter ihnen kamen von denen sie bald eingeholt waren weil sie nicht mit der langsamkeit und trägheit der ochsen reisten sondern wie leute die maultiere eines kanonikus unter sich haben und gern noch um mittag die schenke erreichen wollen die noch eine ganze meile von dort entfernt war die fleißigen holten die trägen bald ein man begrüßte sich höflich und einer von den angekommenen der wirklich ein kanonikus aus toledo und der herr der übrigen war die ihn begleiteten da er diese feierliche prozession mit dem karren den heschern sancho rocinante pfarrer und barbier sah und den don quixote eingebauert und gefangen wurde neugierig genug zu fragen warum man diesen mann auf solche weise fortführe denn er glaubte da er die hescher an ihren zeichen kannte daß er irgendein großer straßenräuber oder anderer delinquent sei den die heilige brüderschaft ergriffen habe um ihn zu bestrafen einer von den heschern an denen die frage gerichtet war antwortete warum dieser ritter so fortgeführt wird mag er selber sagen denn wir wissen es nicht als don quixote das gespräch vernahm fragte er seid ihr vielleicht meine herren ritter in dem erfahren und bewandert was man die irrende ritterschaft nennt seid ihr es nicht so mag ich mir auch nicht die mühe geben es euch auseinanderzusetzen der pfarrer und der barbier waren jetzt schon hinzugekommen da sie sahen daß sich die reisenden mit don quixote von namantia in ein gespräch einließen um wenn es nötig wäre so zu antworten daß ihre list nicht entdeckt würde der kanonikus antwortete hierauf wahrlich guter freund mir sind die ritterbücher bekannter als die kompendien der logik so daß wenn uns weiter nichts im wege steht ihr mir alles sagen könnt was ihr nur immer wollt in gottes namen denn versetzte don quixote ihr müßt also erfahren herr ritter daß ich in diesem käfig verzaubert bin und zwar durch den neid und die bosheit der bösen zauberer denn die tugend wird von den bösen immer mehr verfolgt als sie von den guten geliebt wird ich bin ein irrender ritter und zwar nicht von jenen deren der ruhm niemals gedenkt und ihr andenken nicht der unsterblichkeit übergibt sondern von denen die dem neide zum trotz ihren namen im tempel der unsterblichkeit aufstellen werden damit er den künftigen zeitaltern zum beispiel und musterbilde diene und die irrenden ritter dann die fußstapfen vor sich haben denen sie folgen müssen wenn sie den höchsten ehrenvollsten gipfel des waffenhandwerks erklimmen wollen der herr don quixote von la mancha spricht die wahrheit sagte der pfarrer denn er liegt nicht wegen seiner schuld und seiner sünden auf diesem karren verzaubert sondern durch die bosheit derjenigen welche die tapferkeit hassen und denen die tugend ein gräuel ist dieses mein edler herr ist der ritter von der traurigen gestalt wenn ihr diesen namen vielleicht schon habt nennen hören dessen tapfere taten und gewaltige unternehmungen auf hartem erze und unvergänglichem marmor werden geschrieben werden wenn sich der neid auch noch so sehr bemüht sie zu verdunkeln oder die bosheit sie zu verhüllen als der canonicus hörte wie der gefangene mit dem freien eine gleiche sprache führte schlug er ein kreuz vor verwunderung und konnte durchaus nicht begreifen was es zu bedeuten habe so ging es auch denen die ihn begleiteten sancho panza der herbeigekommen war um das gespräch mit anzuhören krönte nun noch das werk indem er sagte ihr mögt nun mein herr das was ich sprechen will gut oder übel nehmen so ist es doch wahr mein herr don kirote ist so wenig verzaubert wie meine mutter er hat seinen vollkommenen verstand er isst und trinkt und verrichtet seine notdürft wie die übrigen menschen und wie er es gestern tat ehe er in dem vogelbauer saß wenn das nun ist wie wollt ihr mir denn weismachen er wäre verzaubert denn ich habe mir von allen leuten sagen lassen daß die verzauberten weder essen noch schlafen noch sprechen und mein herr wenn es ihm gerät wird gleich mehr als dreißig sachwalter reden er wandte sich hierauf um sah den pfarrer an und fuhr so fort ei herr pfarrer herr pfarrer denkt ihr denn daß ich euch nicht kenne denkt ihr denn daß ich das nicht einsehe und begreife wohinaus ihr mit diesen verzauberungen wollt ja ja ich kenne euch wenn ihr das gesicht auch noch so sehr verdeckt denn ich weiß was ihr wollt wenn ihr das ding auch noch so fein anfangt denn mit einem worte wo der neid herrscht da kann die tugend nicht leben der teufel hat sich dazwischen gegeben denn wenn euer ehrwürden nicht gewesen wären so wäre schon in dieser stunde mein herr mit der mikomikonischen infantin verheiratet und ich wäre zum wenigsten graf denn was geringeres konnte ich nicht von meinem gütigen herrn traurige gestalt und von der größe meiner geleisteten dienste erwarten aber jetzt sehe ich daß das wahr ist was man wohl zu sagen pflegt daß das glücksrad schneller läuft als ein mühlenrad und daß das was gestern oben in den lüften war heute unten auf der erde ist es ärgert mich nur wegen meiner kinder und meiner frau denn wenn sie nun mit vollem recht erwarten können daß ihr vater durch die tür als stadthalter hereintritt oder als vizekönig von einer insel oder einem reiche so kommt er dafür als pferdeknecht wieder was ich gesagt habe herr pfarrer soll nur dazu dienen euer ehrwürden das gewissen ein bisschen zu schärfen weil ihr meinem herrn zu schlecht begegnet und euch gott auch einmal in jenem leben wegen der gefangennehmung meines herrn zur rechenschaft ziehen kann da ihr jetzt alle edlen taten und hilfeleistungen vereitelt die mein herr don quixote in der zeit seiner gefangenschaft vollbringen könnte hier gäbe es noch eine nase zu putzen sagte hierauf der barbier so seid ihr denn auch sancho von der brüderschaft eures herrn beim himmel es täte not daß ihr ihm im käfige gesellschaft leistetet und bezaubert würdet wie er weil euch seine ritterschaft ebenfalls angesteckt hat ihr geht zu eurem unglück mit seinen versprechungen schwanger und zu eurem unglück ist euch die insel in den kopf gestiegen nach der ihr so gierig seid ich bin von niemandem schwanger antwortete sancho und bin ich der mann danach daß ich mich schwängern ließe und wenn es der könig wäre und wenn ich auch arm bin so bin ich doch ein alter christ und keinem was schuldig und wenn ich inseln haben will so wollen andere leute wohl noch was schlimmeres haben jeder hat seine taten zu verantworten und wenn ich nur ein mensch bin so kann ich wohl papst werden wie viel mehr statthalter einer insel vollends wenn mein herr so viele gewinnt daß er nicht weiß wo er damit hin soll überlegt eure reden ins künftige herr barbier denn das ist noch nicht alle kunst in der welt den bar zu putzen ihr habt noch manches zu lernen denn es ist noch nicht alle tage abend ich sage das nur weil wir uns alle kennen und daß ich mich auf kein falsches spiel einlasse in ansehung der verzauberung meines herrn so weiß gott die wahrheit und dabei wollen wir es bewenden lassen denn es stinkt noch mehr wenn wir es umrühren der barbier mochte sancho nichts antworten damit er mit seinen närrischen reden nicht das herausbrächte was der pfarrer und der barbier gern verborgen halten wollten aus dieser nämlichen furcht hatte der pfarrer dem canonicus auch vorgeschlagen etwas vorauszureiten weil er ihm das geheimnis mit dem eingekerkerten nebst anderen dingen die ihn vergnügen würden sagen wollte der canonicus tat so und ritt mit ihm und seinen dienern voran er hörte alles aufmerksam an was ihm jener von dem stande dem leben der narrheit und den sitten des don quixote sagte und wie man nunmehr die absicht habe ihn nach seiner heimat zu bringen um ein mittel ausfindig zu machen ihn von seinem wahnsinn wieder herzustellen an dieser stelle ist ein längeres gespräch des pfarrers mit dem canonicus über die ritterbücher und andere gegenstände der spanischen literatur fortgefallen ende von abschnitt fünfunddreißig abschnitt sechsunddreißig von don quixote von la mancha band eins von miguel de cervantes saavedra übersetzt von ludwig tig diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff siebentes kapitel in welchem das verständige gespräch sancho panzas mit dem edlen ritter don quixote beginnt während der canonicus und der pfarrer sich noch unterhielten kam der barbier zu ihnen und sagte zum pfarrer dies mein herr lizenziat ist die stelle die ich euch vorhin gelobt habe um hier unsere mittagsruhe zu halten hier finden auch die ochsen frische und reiche weide so scheint es mir auch antwortete der pfarrer worauf er dem canonicus sagte was er zu tun gedenke dieser bekam lust bei ihnen zu bleiben von der annehmlichkeit des schönen tales in dem sie sich befanden eingeladen um sowohl die frische luft als auch die gespräche des pfarrers zu genießen zu dem er schon viele freundschaft empfand und um genauere umstände von don quixotes begebenheiten zu erfahren er befahl also seinen dienern sich nach der schenke zu begeben die nicht mehr weit war und dort für alle speise herzuholen denn er sei entschlossen an diesem ort ziemlich lange ruhe zu halten worauf einer von den dienern antwortete daß der küchenesel der schon in der schenke sein müsse hinlänglich versorgt sei so daß sie in der schenke nichts als hafer zu kaufen brauchten wenn es so ist sagte der canonicus so führt alle unsere tiere dorthin und bringt den esel hierher als dieses vorging sah sancho daß er mit seinem herrn reden konnte ohne daß ihn der pfarrer und der barbier beobachteten denen er gar nicht traute er ging also zum käfig und sagte gnädiger herr es liegt mir schwer auf meinem gewissen daß ich euch etwas sagen muß wie es um eure verzauberung steht die nämlich die mit den verdeckten gesichtern mit uns gehen sind der pfarrer und der barbier aus unserem dorfe und ich glaube daß sie euch den streich spielen euch so wegzubringen geschieht nur aus neid weil ihr größere taten verrichtet als sie wenn dies nun wahr ist so seid ihr nicht verzaubert sondern übertölpelt und zum narren gemacht zum beweise davon will ich euch nur um ein ding fragen und wenn ihr mir so antwortet wie ich glaube daß ihr antworten müsst so werdet ihr es mit händen greifen daß ihr nicht bezaubert sondern im kopfe übergeschnappt seid frage soviel du willst sohn sancho antwortete don quixote ich will dir antwort geben soviel du nur immer haben willst wenn du aber sagst daß diejenigen die mit uns gehen und stehen der pfarrer und der barbier unsere landsleute und gute bekannte sind so mag es wohl sein daß sie dir also erscheinen daß sie es aber wirklich und in der tat sein sollten wirst du mir auf keine weise glauben machen was du aber glauben und meinen sollst ist daß wenn sie dir so erscheinen es also zusammenhängt daß diejenigen die mich bezaubert diese ähnlichkeit an sich genommen haben denn es ist den zauberern etwas leichtes jede gestalt anzuziehen die sie nur immer wollen und sie haben die unserer freunde angenommen um zu machen dass du das denkst was du jetzt denkst und dich in ein labyrinth von einbildungen zu verwickeln aus dem du dich nicht herausfinden magst und wenn du den faden des teseus hättest sie tun es aber auch darum daß ich in meiner überzeugung schwankend werden soll und nicht einsehen von wem dieses mein unglück herrührt denn wenn du sagst daß der pfarrer und der barbier aus unserem orte mich begleiten und ich mich denn doch in diesem käfig finde und weiß daß keine menschliche kraft sondern nur übernatürliche mich hier hereinbringen konnte was willst du denn daß ich anders spreche und denke als daß die art meiner bezauberung alles übertrifft was ich jemals in den geschichten gelesen in denen irrende ritter vorkommen die bezaubert gewesen deshalb magst du dich wohl zur ruhe geben denn das was du glaubst sind sie ebenso wenig als ich ein türke bin was aber dasjenige betrifft daß du mich etwas fragen willst so sprich nur denn ich will dir antworten und wenn du mich auch bis morgen fragtest heilige mutter gottes schrie santo mit lauter stimme ist es denn möglich dass ihr so hartköpfig und so ganz ohne gehirn sein könnt dass ihr es nicht einseht wie ich die reine wahrheit spreche und dass ihr in dies gefängnis und unglück mehr durch bosheit als bezauberung geraten seid da es aber so steht will ich es euch doch unumstößlich beweisen daß ihr nicht bezaubert seid antwortet mir also so gewiss euch gott aus dieser qual helfen soll und ihr euch gern in den armen der gnädigen dulcinär befindet wenn ihr es am wenigsten denkt höre auf mit deinen beschwörungen sagte don quixote frage was du willst denn ich versichere dir noch einmal daß ich dir mit der größten gewissenhaftigkeit antworten will darum bitte ich eben versetzte sancho und nun möchte ich gern von euch wissen ohne daß ihr etwas hinzufügen noch ableugnen sollt sondern daß ihr die wahrheit so sagen mögt wie ich hoffe daß sie alle diejenigen sagen müssen und auch sagen die sich zum handwerk der waffen bekennen zu welchem ihr euch gnädiger herr unter dem namen eines irrenen ritters zählt ich sage dir daß ich niemals lügen werde antwortete don quixote tue endlich deine frage denn in wahrheit diese versicherungen und vorbereitungen fallen mir zur last sancho ich kann mich freilich wohl auf die redlichkeit und wahrhaftigkeit meines herrn verlassen und also weil dies zu unserem gespräche gehört frage ich aber mit aller ehrfurcht sei es gesagt ob seid ihr eingebauert oder eurer meinung nach verzaubert in diesem vogelbauer reiset euch niemals die lust angekommen ist die großen oder die kleinen geschäfte zu machen wie man zu sagen pflegt ich verstehe dieses geschäftemachen nicht sancho erkläre dich deutlicher wenn ich dir geradezu antworten soll ist es möglich daß ihr nicht einmal wisst was das heißt große und kleine geschäfte zu machen das lernen ja die kinder in der schule so wisst denn daß ich so viel sagen will ob euch noch nicht die lust angekommen ist das zu tun was ihr nicht lassen könnt nun endlich endlich verstehe ich dich sancho und oftmals habe ich diese lust gehabt und jetzt wieder erlöse mich aus dieser gefahr denn es ist die höchste zeit ende von abschnitt 36